Oh, ich hab lila Kristalle gefunden. Oh, nice, die sind krass aus, das kann man damit machen. Du kannst ein Ausblickgerät herstellen. Okay, noch irgendwas? Hm, nope. Oh mein Gott, das ist echt der einzig der Welt. Bro, ich hab nie genug Luft im Wasser, was soll man machen? Da hab ich genau das Richtige für dich, hier. Oh, nice, danke, was kann ich damit machen? Damit kannst du eine Sekunde länger unter Wasser atmen. Oh mein Gott, was, das ist ein bester Eis. Ich hab kein Essen mehr, kannst du mir welches bringen? Ja, ich würde ja, weil ich weiß einfach nicht, wie ich es zu dir bringen soll. Oh mein Gott, ich hab die beste Idee. Hä, wieso kann ich die nicht aufmachen? Ah, ich weiß, wie es geht. Let's go. Es kommt, es kommt. Oh, das ist die beste Idee je war. Jo, kannst du mein Schwert in Schaden? Ich hab nicht genug Level. Jo, kein Problem. Ich hab Schmeid. Oh mein Gott, danke, danke, danke. Ey, ich weiß gerade nicht, ist es Tag oder ist es Nacht? Ich kann es irgendwie nicht sagen. Ich hab ne Uhr, ich schau selber an. Nice, nice. Hä?